Dies ist das kurze Erklärvideo zur Landtagswahl. Es gibt auch ein langes Video. Im langen Video bekommen Sie mehr Informationen zur Landtagswahl. Am 7. Mai 2017 ist die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Sie sind 16 Jahre alt oder älter, und Sie sind deutscher Staatsbürger, und Sie leben seit mindestens sechs Wochen in Schleswig-Holstein, dann dürfen Sie bei der Landtagswahl wählen. Das Volk sind alle Menschen in Schleswig-Holstein. Also auch Menschen mit Behinderung. Sie wählen bei der Landtagswahl die Volksvertreter. Volksvertreter nennt man auch Abgeordnete. Die Abgeordneten vertreten das Volk. Doch wie genau wählen Sie bei der Landtagswahl? In diesem Video lernen Sie… Was ist ein Wahlzettel? Wen wählen Sie bei der Landtagswahl? Bei der Landtagswahl wählen Sie in einem Wahllokal. Das Wahllokal ist der Ort, wo Sie wählen. Der Ort von dem Wahllokal steht auf dem Wahlschein. Den Wahlschein bekommen Sie per Post nach Hause. Sie können zur Wahl nicht ins Wahllokal gehen? Dann können Sie auch Briefwahl machen. Die Briefwahl beantragen Sie bei der Behörde oder beim Amt. Sie füllen die Wahlunterlagen zu Hause aus. Dann schicken Sie die Wahlunterlagen zurück an das Amt. Werfen Sie den Umschlag in einen Briefkasten der Deutschen Post. Eine Briefmarke müssen Sie nicht aufkleben. Bei der Landtagswahl wählen Sie auf einem Wahlzettel. Der Wahlzettel heißt auch Stimmzettel. Was steht auf einem Stimmzettel? Sie haben zwei Stimmen. Links geben Sie Ihre erste Stimme ab. Mit der Erststimme wählen Sie einen Abgeordneten für Ihren Wahlkreis. Es gibt verschiedene Kandidaten. Und Sie müssen sich für einen Kandidaten entscheiden. Der Kandidat mit den meisten Erststimmen wird der Abgeordnete für Ihren Wahlkreis. Jeder Abgeordnete bekommt einen Sitz im Landtag. Rechts auf dem Stimmzettel steht Ihre Zweitstimme. Mit der Zweitstimme wählen Sie eine Partei. Eine Partei ist eine Gruppe von Politikern. Die Politiker in einer Partei haben gemeinsame Ziele. Die Zweitstimme ist wichtig für… Kommt eine Partei in den Landtag. Denn dabei gibt es eine Regel. Die Regel heißt 5%-Hürde. Eine Partei muss mindestens 5% der Zweitstimmen bekommen. Dann ist die Partei im Landtag. Prozent bedeutet ein Teil von einem Ganzen. 100% ist das Ganze. Zum Beispiel bei diesem Kreis. Der ganze Kreis ist 100%. Die Hälfte des Kreises sind 50%. Es ist also nur noch ein Teil des ganzen Kreises. Also weniger als 100%. Ein Viertel des Kreises sind nur noch 25%. Bei dieser Regel geht es um 5%. Also ein sehr kleiner Teil des Ganzen. In diesem Fall ist das Ganze alle Menschen, die bei der Landtagswahl gewählt haben. Und eine Partei muss 5% oder mehr der Stimmen bekommen. Dann ist die Partei im Landtag. In Schleswig-Holstein gibt es eine Besonderheit. Die SSW-Partei ist immer im Landtag. Auch wenn sie weniger als 5% von den Zweitstimmen bekommt. Weitere Informationen zur SSW-Partei bekommen Sie im langen Erklärvideo. Die Zweitstimme ist auch wichtig für Wie viele Sitze bekommt eine Partei im Landtag? Das sagt der Wahlleiter gleich nach der Wahl. Er berechnet die Anzahl von den Sitzen für alle Parteien. Die Anzahl von den Sitzen berechnen ist schwierig. Ein Beispiel. Eine Partei hat durch die Zweitstimmen 22 Sitze im Landtag bekommen. Die Partei hat 13 Wahlkreise gewonnen. Also hat die Partei 13 Abgeordnete für einen Wahlkreis in den Landtag geschickt. Jetzt sind noch 9 Sitze übrig. Die Partei hat dafür eine Liste mit Politikern. Diese Liste heißt Landesliste. Also hat die Partei 9 Sitze mit der Landesliste aufgefüllt. Wir fassen zusammen. Sie haben bei der Landtagswahl zwei Stimmen. Sie wählen mit der Erststimme einen Abgeordneten für Ihren Wahlkreis. Sie wählen mit der Zweitstimme eine Partei. Die Zweitstimme bestimmt, wie viele Sitze eine Partei im Landtag bekommt. Ihre Stimme zählt. Mit Ihrer Entscheidung können Sie die Politik in Schleswig-Holstein beeinflussen. Bitte gehen Sie am 7. Mai wählen. Abonniert, in der Zweitstimme dẫn inel InfMania Entfernen